Der Abverkauf geht weiter, vor allem bei den US-Tech-Werten und langsam wird es ein bisschen bitter für diejenigen, die immer rufen, buy the dip, buy the dip, Börse ist eine Einbahnstraße, es kann nur nach oben gehen, die schweigen jetzt etwas, die werden dann wieder, wenn etwas nach oben geht, natürlich rauskommen wieder aus den Löchern und sagen, ich habe es doch immer gewusst, buy the dip, buy the dip, aber jetzt wird erstmal abgetaucht und geschwiegen. In jedem Fall gibt es aber ein bisschen Hoffnung, trotz dieses Abverkaufs, den wir gestern ja gesehen haben, ein bisschen Hoffnung für die Bullen, dass wir jetzt das Schlimmste zunächst mal gesehen haben und dass vielleicht eine Pause jetzt ansteht in diesem Abverkauf, dazu gleich mehr. Schauen wir uns aber zunächst mal den Schaden an, der da angerichtet wurde oder das Desaster. Wir haben jetzt den schnellsten 10% Abverkauf beim Nasdaq in seiner Geschichte, das muss man sich mal vorstellen. Nachdem es natürlich vorher extrem nach oben gegangen war, nachdem viele Retail-Investoren, viele Privatinvestoren all in gegangen sind, es praktisch eine Manie gab mit immer extremeren Bewertungen, immer größeren Hebeln und irgendwann hat man sich überhebelt, irgendwann war es überbewertet, so krass überbewertet, dass dann eine Kontraktion passieren muss. Das kommt nicht aus heiterem Himmel. Ich hatte in den Videos vorher auf die Extremsituation hingewiesen, immer schwierig zu sagen, wann genau dann sozusagen diese Korrektur, mit der wir es ja zu tun haben jetzt, denn qua Definition ist ein 10% Rücksetzer eine Korrektur. Ab 20% wird es dann ein Bärenmarkt, aber Bärenmarkt wird das kommen? Das ist die große Frage. Wird man das zulassen seitens der Fed, dass dann wirklich so ein bisschen Panik entsteht? Bei 20% wäre das schon eine andere Hausnummer, das wäre nochmal das Doppelte etwa beim Nasdaq, als das, was wir gesehen haben und wir haben jetzt auch übrigens den schlechtesten Start in den September beim Nasdaq oder in einen Monat beim Nasdaq seit Januar 2016. Also da ist durchaus was passiert, das ist durchaus nicht unerheblich. Hier sehen wir das mal. Schlechteste 3-Tagesstrecke für Apple seit dem Jahr 2008, seit Oktober 2008. Also hier sehen wir schon, der Monatsanfang, der war jetzt nicht so prickelnd für die Tech-Werte, speziell für die Tech-Werte. Aber gut, schauen wir mal, was da noch so kommt. Insgesamt haben jetzt die Fangman-Aktien, also Facebook, Apple, Netflix, wie sie alle heißen, haben jetzt über eine Billion an Marktkapitalisierung verloren in sehr, sehr kurzer Zeit, nämlich in drei Handelstagen. Das entspricht in etwa dem BIP von Indonesien. Also all das, was die Indonesier in einem Jahr an Gütern und Dienstleistungen produzieren, das ist sozusagen hier ausradiert worden. Es sind die Fang-Aktien, die doch durchaus jetzt ein bisschen auf die Mütze gekriegt haben. Wenn wir uns mal anschauen, dass das sozusagen nicht aus heiterem Himmel kommt, dann hat der Gesamtmarkt schon eine Warnung gegeben. Es gibt nach meiner Auffassung zwei Dinge, die diese Warnung besonders klar gemacht haben im Vorfeld, nämlich die advancede Kleinlinie, also die Anzahl der Aktien, die steigen in Relation zu der, die fallen. Und es war nicht ein Anstieg des Gesamtmarktes, es war die Konzentration auf wenige Highflyer-Aktien, die die Gesamtmärkte nach oben getrieben haben. Der Gesamtmarkt insgesamt hatte schon Schwäche gezeigt, die kaschiert wurde durch diese großen Tech-Aktien, also advancede Kleinlinie, war schon ein Hinweis dieses Auseinanderdriften. Im Grunde seit Juli, dann besonders seit August. Interessant ja, dass im August vor allem die Insider jene Firmen Insider verkauft haben, die eben ihre Geschäftsentwicklung am besten kennen. Aber es gab dann andere, die nochmal richtig Mitte draufgesprungen sind, vor allem auch bei so Aktien wie Tesla. Gestern 21% Minus, größter Verlust, den das Unternehmen mindestens seit dem Jahr 2012 hat. Über 80 Millionen an Marktkapitalisierung sind da vernichtet worden. Das entspricht etwa dem Börsenwert von dem ETF-Giganten BlackRock. Also da sehen wir schon, das ist schon eine Hausnummer. Tesla ist jetzt übrigens interessanterweise auf seinen 50-Tages-Durchschnitt zurückgefallen. Aber schauen wir mal weiter. Wer hat eigentlich hier die Verluste maßgeblich getrieben? Welche Aktien sind es, die hier im Nasdaq vor allem die Schwäche begründen? Apple hatte 2% etwa dazu beigetragen. Microsoft 1,34% von eben diesen 10%, die wir jetzt an Rücksetzern haben. Tesla immerhin knappe 0,8%. Alle anderen zusammen 2,67%. Und es ist so, was vielleicht das dritte Warnsignal war, dass nicht nur die Volatilität gestiegen ist, der Wix gestiegen ist, trotz steigender Aktienmärkte, sondern eben auch die Marktbreite nicht vorhanden war. Und dann diese Retail-Francy, wie die Amerikaner sagen. Also dieser Enthusiasmus der Privatinvestoren, die all-in gegangen sind. Und es gibt ja die Regel Nummer 5 von Bob Farrell. The public buys the most at the top and the least at the bottom. Also die meisten kaufen und vor allem die meisten Privatinvestoren, die kaufen am meisten, wenn wir ganz oben sind und am wenigsten, wenn wir ganz unten sind. Ein bisschen anders war es diesmal schon, weil die Robin Hooder ja schon seit März sich investiert haben. Aber man hat eben gedacht, diese Einbahnstraße, die geht weiter. Stocks always go up, wie David Portnoy sagt. Dementsprechend sitzen jetzt manche natürlich auf Kaufpositionen, die am Top eingegangen wurden und haben nun Schmerzen. Wir sehen, dass insgesamt hier das Volumen deutlich gestiegen ist. Hier zum Beispiel im Triple Q, dem maßgeblichen Nasdaq-ETF. Also da passiert was. Wir hatten vorher relativ dünnes Volumen beim Anstieg. Es ist natürlich normal, dass das Volumen steigt bei einem Abverkauf, weil der Fluchtreflex des Menschen relativ stark ausgeprägt ist. Aber wir sehen, da geht jetzt plötzlich wieder was nach oben in Sachen Volumen. Und es gibt allerdings eben auch jetzt erste Hoffnungsschimmer. Wir haben jetzt durch den Nasdaq etwa seit dem März tief einen massiven Anstieg gesehen und sind jetzt ziemlich genau auf eine entscheidende oder auf eine wichtige 23,6er Fibonacci Retracement Level gefallen. Haben da jetzt erstmal pausiert mit dem Abverkauf. Mal sehen, wie es weitergeht. Schauen wir uns an, was noch dafür spricht. Wir haben jetzt die 50-Tageslinie im Nasdaq erreicht. Also auch das ist etwas, was normalerweise dann schon ein bisschen Unterstützung bietet, dass wir auf gleitende Durchschnitte kommen. Wir waren ja diesen gleitenden Durchschnitten so massiv vorausgelaufen. Jetzt kommt man auf die ersten, auf die kürzer datierten gleitenden Durchschnitte wieder ein bisschen zurück. Das könnte Unterstützung bieten. Und vor allem, was Unterstützung bieten kann, trotz des Abverkaufs. Gestern haben wir gesehen, dass der Wix, die Wohlererwartung der S&P 500 Aktien, in den nächsten 30 Tagen nicht mehr gestiegen ist. Das ist doch durchaus bedeutsam. Dieser Abverkauf, wie gesagt, hatte sich ja angekündigt durch die steigende Wohler. Steigende Aktienmärkte bei steigender Wohler ist durchaus ein Warnsignal, war es diesmal auch. Jetzt stagniert die Wohler, ist also nicht mehr mitgestiegen. Das ist ein erstes Hoffnungszeichen. Und die Märkte sind, wie es man Henrik hier zeigte, nicht länger überkauft. Wir waren ja massiv überkauft. Jetzt haben wir das ein Stück weit abgebaut, sodass jetzt eine Pause möglich ist. Kommen wir zu etwas anderen. Bevor wir uns die Chance anschauen, gestern Jeff Gundlach, der Bondkönig, mit einer Präsentation, wo er sagt, ja, ich gehe nach wie vor davon aus, dass Donald Trump die Wahl gewinnen wird. Und hier die akkurateste Vorhersage für einen Sieg oder eine Niederlage von Donald Trump ist wahrscheinlich die Anzahl der Covid-Fälle in den USA. Und die Zustimmungswerte, die konkurrieren sehr stark mit den Covid-Fällen in den USA. Insgesamt haben wir ja die Situation, dass der Stimulus noch weit, weit entfernt ist. Die Republikaner haben jetzt einen Vorschlag gemacht, der aber wahrscheinlich überhaupt keine Chance hat, hier durchzukommen. Das bedeutet, jetzt kommt der Kongress ja wieder zurück aus dem Urlaub. Aber ab 3. Oktober ist dann vor den Wahlen erstmal wieder Pause, nämlich da wird dann der Kongress ausgesetzt. Man kann vielleicht nochmal Sondersitzungen hier einberufen, aber die Zeit wird extrem knapp. Das könnte übrigens auch jetzt ein Grund sein, warum jetzt dieser Abverkauf passiert, dass man endlich zur Kenntnis nimmt, dass eigentlich hier der Stimulus, der längst eingepreist war, möglicherweise nicht mehr kommt. Und das ist sozusagen etwas, was die Märkte ja sehr, sehr lange ignoriert hatten. Und vielleicht auch ein bisschen ein Rückschlag in Sachen Vaccine-Optimism. Was haben wir für Rallys erlebt, als da völlig unsubstanzierte Meldungen kamen? Ja, Moderna oder irgendwer hat dann Impfstoff Phase 1, Phase 2 entwickelt und die Märkte 5% nach oben. Totaler Bullshit. Jetzt erster großer Rückschlag für AstraZeneca, nachdem das Mittel, das man hier zur Ansetzung gebracht hat, bei einem Patienten schwer, schwere Konsequenzen hatte. Jetzt hat man diesen Test gestoppt in Phase 3, also in der letzten Phase. Die Aktien von AstraZeneca dürften heute einen größeren Schmerz verspüren. Minus 8% war die vorbörsliche Indikation. Aber schauen wir uns ein paar Charts an, meine Damen und Herren, hier in diesen Charts von Capital.com. Und ich versuche eben diesen Chart wieder ein bisschen nach oben zu ziehen, damit er nicht aus der Bildfläche entfleucht. 11.106. Wir haben heute gesehen, dass der Nasdaq Future, anders als in den letzten Tagen, auch das vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer, stärker ist als die anderen US-Futures, also wie der S&P 500 oder der Dow Jones Future oder auch der Russell 2000 Future. Also hier vielleicht die erste kleine Hoffnung für die Bohlen, dass da was passieren kann. Wir sind dann durchaus freundlich gewesen im asiatischen Handel, was die US-Futures betrifft, kontinuierlich nach oben, aber dann kurz vor europäischen Eröffnung wieder etwas nach unten. Also das wird ein wilder Ritt jetzt werden für die Bohlen. Das wird jetzt eine schwierige Geschichte. Der Abverkauf, wenn er denn mal gestartet war, als Prozess einer Enthebelung, hatte eine gewisse Logik. Die kann jetzt noch weitergehen, aber es wird jetzt sowohl für die Bohlen als auch für die Bären nicht mehr so einfach, hier die nächste Entwicklung zu prognostizieren. Dass eine Enthebelung natürlich seine Zeit braucht, ist völlig klar. Schauen wir uns mal den DAX an. Alles auf 4-Stunden-Basis. Der hält sich eigentlich seitwärts 12.920. Er hat sich deutlich besser gehalten jetzt als eben vor allem die US-Märkte. Wir sehen, dass Gold hier auch wenige Veranstalter, 1925 eigentlich ziemlich fade. Und wir sehen auch den Euro-Dollar jetzt allerdings schwächer bei 1,1770, also unter der 1,18er-Marke. Dollar-Stärke wäre eine Gegenwind für die Aktienmärkte. Also es ist jetzt nicht gerade Zufall, das was passiert ist. Wir hatten die fehlende Marktbreite, wir hatten die steigende Volatilität, wir hatten die Euphorie der Privatanleger, die Bewertungen waren überspannt, die Technik war überspannt, alles war überspannt. Jetzt haben wir einen heftigen Zurückschnapper. Die Frage ist, ist diese Enthebelung schon vorbei? Jetzt gibt es erste Anzeichen, dass zumindest diese Enthebelung mal pausieren wird. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt einen Joppy-Market erleben, also praktisch einen schwierig zu handelnden, möglicherweise seitwärts gerichtet, unter großen Ausschlägen agierenden Markt erleben könnten. Aber schauen wir mal, na wissen wir mal mehr. Ich wünsche jetzt das Allerbeste und sage Ihnen Servus und Ciao.